Hi, und da bin ich auch schon wieder. Und es geht weiter mit Mayas Tagebuch aus. Das magische Armband 1. Viel Spaß. Wir machen weiter mit Tag 4. Ich hatte die blöde Projektarbeit vergessen und setzte mich dran. Donnerstag, oh nein, schon Freitag. Zählt das trotzdem für Donnerstag? Weil ich ja rückwirkend schreibe. Ach ja, ich nehme es mal an. Und es sind erst zwei Stunden vergangen, seitdem der neue Tag begann und der alte sich verabschiedete. Er würde nie wiederkommen. Er ist erloschen, wie ein Stern oder eine Kerze. Was geschieht mit so einem Tag? Er ist verschwunden, passé, aber irgendwie immer noch präsent. Das ist schon eigenartig. Ich glaube, wenn man in die Vergangenheit reisen würde, wäre er wieder da. Aber es wäre doch komisch, oder? Weil er ist ja eigentlich vorbei. Ich würde gerne in die Vergangenheit reisen. Ich würde nichts verändern. Aber die eine oder andere Situation, die droht, zu verblassen, würde ich mir noch einmal ansehen wollen. Ich würde auf ein legendäres Konzert der Beatles gehen oder von Michael Jackson. Ich würde mir den Hype und Grease näher betrachten. Oh, ich würde mit Jane Austen Tee trinken. Aber eigentlich würde es mich mehr reizen, zu sehen, wie Shakespeare seine Werke schrie. Es gibt ja Gerüchte, die besagen, er sei nur ein Spindler. Aber ich bin klar Team Shakespeare. Ob ich in die Zukunft reisen würde? Ach nein, ich muss nicht sehen, wie ich in 20 Jahren aussehe. Da wäre ich 36. Es gibt viele, die mit 36 noch gut aussehen. Allerdings muss ich sagen, reifen Männer besser. Sie sehen, je älter sie werden, immer attraktiver aus. George Clooney, um nur ein Beispiel zu nennen. Das Alter spielt zwar eine Rolle, aber wenn der Unterschied nicht allzu groß ist, was spricht dagegen? Gut, wenn er potenzieller Partner, dein Vater oder deine Mutter sein könnte, sollte man sich schon Gedanken machen. Aber bis zu einer gewissen Grenze ist es kein Problem. Ist irgendjemanden eigentlich schon aufgefallen? Nein, viele, die früher längere Saar hatten, sahen viel älter aus als heute mit kurzem Haar. Das ist lustig. Vielleicht geht es auch nur mir so, da ich nicht auf lange Haare bei Männern stehe. Nun gut, also ich kann nicht schlafen. Woran liegt das denn nur immer? Ich muss doch ein Vampir sein. Ach nee. Dann könnte ich nicht in die Sonne. Ohne zu glitzern oder ohne einen Ring. Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht so müde. Während der Ferien hatte ich allen voll zu tun. Aber jetzt? Klar, die Schule powert aus, dennoch nicht so, wie ich es glaubte. Mir macht es nichts aus, so früh aufzustehen. Seit neuestem habe ich quasi eine Hühnern. Und mit ihr gehe ich oft raus. Hühnern heißt Molly. Naja, in zwei Stunden muss ich aufstehen. Daher versuche ich noch etwas zu schlummern. Mein Abend war eigenartig. Kann man wohl auch sagen. Gute Nacht, seltsame Welt. Ich habe mich mal mit meinem Lehrer über Shakespeare unterhalten. Aber leider konnten wir dieses Gespräch nicht weiterführen, der mir sonst zu viel verraten hätte. Schade eigentlich, aber ich verstehe das. Schließlich ist der Literaturlehrer. Aber ich unterhalte mich gerne mit ihm. Mit wem sonst könnte ich darüber sprechen? Bis bald, eure Maja. Tag 5 Freitag nach der Schule. Ich bin in einem Hotelzimmer. Und lass es mir gut gehen. Heute war ein eigenartiger Tag. Abraham Lincoln, der Vampirjäger vs. Mr. Darcy als Zombie oder Vampir. Habt ihr in Schwachsinn nie gelesen? Weiß aber, dass es sowas gibt. Man möge sich nur mal vorstellen. Mr. Darcy als Vampir wird von Mr. Lincoln gejagt. Ich war noch nie im Hotel. Schon komisch, weil meine Eltern mehrmals im Jahr verreisten. Aber ich blieb immer bei meiner Oma. Man kann auf dem Bett umherspringen, ohne dass man Ärger bekommt. Duschen so oft man will, ist ja alles im Preis berechnet. Und Fernsehen, DVDs, kann man sich auch ausleihen. Aber die haben nur Schrott. Hab mein E-Book wieder dabei. Also kann ich lesen, was ich mag. Laptop hab ich vergessen. Die hätten eh nicht WLAN gehabt, denke ich. Hm. Aber ich hab eigentlich noch Hausaufgaben zu machen. Werde ich gleich hier nach angehen. So ein Tagebuchprojekt hat auch was Positives. Schließlich vergisst man so nichts. Oh. Noch was Gutes hat es auch in einem Hotel. Man kann wach bleiben, solange man will. Und den Zimmerservice auch zu den unmöglichen Zeiten rufen. Äh. Ein Fitnessstudio gibt es auch hier und drin. Und Schwimmbad. Aber ich hab kein Bikini dabei. Schade eigentlich. Weiß nicht, was ich noch schreiben könnte. Daher beende ich dies erst einmal. Und setze mich vielleicht später nochmal dran. Nachtrag. Habe dann doch die Zombie-Version von Stolz und Vorurteil gelesen. War okay. Und etwa im Linken? Als Vampirjäger ebenso. Aber ich frage mich trotzdem, wer nur auf solche seltsamen Ideen kommt. Ich mich auch. Ach ja. Der Autor hat beides geschrieben. Gut erklärt. Eigentlich einiges. Aber unterhaltsam. Wenn man den Kopf nebenbei schüttelt, ist es trotzdem. Aber unterhaltsam. Heute ist nicht wirklich was los. Das Wetter ist schlecht. Und ich will einfach nur schlafen. Es muss heute mal mit diesem kurzen Eintrag reichen. Gab es eigentlich eine Vorlage? Wie viel wir schreiben mussten? Jeden Tag? Aber wie viel? Vergessen? Na egal. Manchmal hat man solche Tage, an denen einfach nichts passiert. Und alles irgendwie. Eure Maja. Tag 7. Tja. Und schon war es Sonntag. Hm. Hab wieder nichts zu erzählen. Hab einen Film geschaut, der wirklich interessant war. Die Frau des Zeitreisenden. Hab mir gleich das Buch untergeladen. Ging doch mit dem Internet. Ich frage mich, ob ich das könnte, mein ganzes Leben auf jemanden zu warten. Während ich so darüber nachdenke, ja, ich könnte es. Es wäre schwer, aber möglich. Wenn man wirklich liebt, gibt es keine Grenzen. Weder Zeit, noch Raum, noch andere Umstände. Die Liebe kann uns mit einem Mal erwischen. Überwältigen und einnehmen. Aber es kann auch sehr schwer sein, sie wahrzunehmen, zu halten, zu realisieren. Aber das weiß ich schon. Dennoch frage ich mich. Kann man tatsächlich schon als Tiernäger wissen, ob man nur diese eine Person ein ganzes Leben lang leben kann? Die Frage lasse ich mal im Raum stehen. Zeitreisen wären wirklich toll. Die einzig wahre Liebe. Gibt es sie überhaupt? Eure Maja. Tag 8. Was für ein Tag. Mein letzter Tag für diese Projektarbeit. Und für diese paar Minuten fühle ich mich wieder normal. Als ob alles beim Alten ist. Nein, ich werde an dieser Stelle nicht darüber schreiben, was passierte. Das mache ich nicht. Da es weit nach Mitternacht ist, muss ich eine Sache anmerken. Das Leben zeigt uns oft Hindernisse. Sie scheinen unumgänglich zu sein. Und irgendwie kommt es mir auch gerade so vor. Unumgänglich. Gute Nacht. Seltsame Welt. Eure Maja. Ende. Fragezeichen. Hallo ihr Lieben. Mein Tagebuchprojekt ist damit beendet. Aber irgendwie finde ich diese Art echt spannend. Auch wenn mein Lehrer, Herr Traum, anderer Meinung ist. Was glaubt ihr denn? Seht ihr es genauso wie ich? Genauso wie er? Oder sollte ich vielleicht weitermachen? Liebe Grüße, eure Maja. So. An dieser Stelle beende ich das erste Mal. Aber ich spoilere mal und es geht weiter. So. Die sieben Tage von Majas Tagebuchprojekt sind beendet. Sie hat dafür eine, ich glaube eine vier gekriegt. Findet ihr das gerechtfertigt? Ja oder nein? Maja ist sehr sprunghaft. Sie hat tausend Gedanken. Und manchmal kommt es mir selbst so vor, als ob sie von einer Idee zur anderen flutscht. Weil sie einfach, sie denkt zu viel, denkt zu schnell und sie ist sehr präsent. Und sie sieht viel und dadurch, dass sie so viel wahrnimmt, hat sie auch ständig neue Ideen, fokussiert vieles anderes dann. Und ja, in den nächsten Teilen, besonders im zweiten Teil, das sage ich jetzt schon mal, da ist die erste Hälfte des Buches, da ist er gefangen. Und, ähm, gar nicht so schön ist das, ne? Deshalb habe ich mir überlegt, mit meinem, mit meinem Projekt, mit meinem Tagebuch, mit dem Tagebuch, ähm, dass Maja, dass es dann eine Alternative gibt, weil ich, ich konnte es irgendwie nicht so, es tat mir irgendwie leid für sie, muss ich ehrlich sagen, dass, 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 dass ich ihr dieses Ende gegeben habe, was ich ihr gegeben habe. Also, ähm, dass sie dieses Ende bekommen hat. Ähm, das war so, hm, ich hatte mehrere Ideen im Kopf und, aber für eine musste ich mich halt entscheiden. Ähm, aber nur dadurch, dass ich ihr das Ende von Teil 1 gegeben habe, war es mir auch möglich, Teil 2 und Teil 3 zu schreiben, ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Ähm, aber nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß weiterhin und, ähm, ich werde gleich das nächste Video aufnehmen. Bis bald dann. Au, Janine. Verschleun. Vielen Dank.